Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of Tomb Raider. Ja, das hier ist unser letzter Speichelpunkt, bevor die Story Mode zu Ende ist. Dies wurde uns vorhin der letzten Folge nicht geteilt. So, und dann auf ins letzte Abend mit Lara Croft. Alle ersten Tomb Raider. So, in der letzten Folge haben wir ganz schön viel Munition verbraten, das gebe ich zu. Das war nicht sehr klug, aber das soll ich tun. Wow. Wir versuchen! Mach dich voran! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Moment! Ja! 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 Das war's noch nicht! Macht euch wieder Schuss behalten! Schick deine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Sie bist möjlich! Wie ist die InfSPG? Schick sie bi Fifth! Wie ist die sauer empreende Harge? Bist du gut. So. Nein, wir führen den Kampf zu Ende. Danke, Sophia. So. Jetzt habe ich noch nicht den Geschuss zerbetzt. Jetzt geht er von hier leben. Ich habe einen Schraubel. So. Auf oben ist der Penner. So. Der Garnier. Pau. So. Danke. Definition. Der bei drüben auch. Das kann immer die Kuss nach hinten. Ich heile. Das war wichtig. Das war wichtig. So. 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 Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg, wo wir noch? Pfftack! Hier. Das ist weg, wo wir noch kennen. Der ist weg, wo wir noch? So eine Kacke. So eine Kacke. Was ist da jetzt los? So. Was ist da unten jetzt so weit? Schaut nicht so. Ich möchte dazu mal absuchen. Ich will Schuss haben. 72, 15, 72. Wo sind die? Ja, wo du siehst, ich sehe sie nicht. Wo sind die? Was siehst du denn wirklich? Ja, ich weiß nicht. Wo sind die Kacke nicht. Wo sind siehst du? Wo sind siehst du? Wo sind siehst du? Wo sind siehst du? nach unten. Mal kurz auf die Karte schauen, ja. Wo muss ich denn irgendwie rein? So was sieht. So. Da sind die Treppen hoch. Wie dämlich kann man sein? So, Laura. Ich weiß, sie kann nicht mehr reinlaufen. Cool. Hihi. Da war auch ein Pack drin. Ein heftiger. Zack. Weg. Mit dir. So, dann muss ich da gelassen, danke. Oh nein. Nicht schon wieder. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Mit mir. So. Okay. Ich muss den Feindling selber kämpfen! Wenn er uns noch drückt, wer am Leben ist, ich will Kroft tot sehen. Das ist der letzte Befehl. Okay. Harry Kroft tot sehen. Ich bin ihm tot sehen. Ich bin ihm tot sehen. So. So. So weg. 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 So, und da noch. Da gehen wir jetzt hin einfach. Da muss dran bleiben, siehste. Da muss man hier konzentrieren. Das ist eben echt weit. Nein! 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 Oh Gott. Na super. Ähm. Ja, letzte Teil. Was ist denn da in sich? Logisch. Es ist logisch, dass die... das in sich haben muss. Jetzt gibt der Punkt eigentlich bereit. Oh. WTF? WTF? Bereit! Auf dein Signal! Jetzt! Auf los geht's! Kacke! Das mal, Sophia! Bereit machen! Wir richten das nächste Weg mal aus! Wir sind gleich bereit! Wir sind bereit! Wir haben gehört! Feuer! Haha. Oh. Toll. Jawohl. Jawohl. Der Kilometer fällt. Und jetzt hast du das Kämpfen da. Schnell. Schnell hart und gut. Schnell hart. Ach ja. Ich bin hier aber nicht so besser. Ganz ehrlich. Es geht nicht, alles. So. So. So oben. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Oh, zack. Auf, Leerlauf. Sie ist weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Ich bin 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 weg. Und jetzt. Ich bin weg. Ich bin weg. Und jetzt. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Und jetzt. Ich bin weg. Wo ist der jetzt? Jetzt ist er weg am Schiff. Nein, du kommst. So. Da drin ist der Ausgang. Da drin. Da drin. Der ist nicht klar. Da ist der Ausgang. Das war ein Ausgang. ich bin vor der Falle herrscht so jetzt hab ich alle Penner erwischt ja nein nein jetzt nur sie und ich Lara Sie haben keine Waffen keine Helfer zack einfach drauf los ich riskier's mal da ist er sich draufgekommen ich bin er kann auch drauf gehen ja stirb stirb mich ja nicht ich kämpfe mit dir Penner knapp ich drisch auf den Heim wie langs geht ich frage mich haben sie ihren freund schon sterben sie so wie lang geht das jetzt doch mal wieder runter weg verblutet er noch irgendwo vor sich hin während sie sich vor mir verstecken sie können sich nicht zack kommen wir wieder drauf ein ich hab das zielführende ich hab das zielführende ich hab das zielführende nein das wollte ich eben nicht jetzt nur sie und ich Lara das muss ich gegen den machen eigentlich das zielführende die 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 den die w als f Ich versteck mich wieder. Ich brech schriftlich ein. Warum soll ich denn ab? Ich war einfach fertig. Das geht irgendwie nicht. So. Ich versteck es sinnlos. Fügen Sie sich Gottes Willen. Pah. Ich schwiege mich nicht. Ich habe einfach nur... ...wie du bist zu nix. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Toll. Ähm... Wie macht er das? Ähm... Das geht so nicht. Ich hole alles ab, okay. Ich habe endlich das Milizieren, natürlich. So einen Ablenker. Da wird gar nichts passiert, okay. So geht's. Nein, mein Schicksal liegt mit der Kammer der Segen. Jetzt können wir... Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemand war. Schieden bitte. So. Auf das jetzt. Nicht tödlich, gell? Ja. So. 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 Zack. Zack. Nein, ich drück die falschen Knochen. Zack, ich bin so weit. Wieder tot, aber ich sehe den Pathode. Sag mal schön, oder? Eigentlich nicht, aber verdammt. Das gibt's da nicht. So, wir sind jetzt hier. Zack. Jawohl. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Sie. Gehen Sie mich einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Los jetzt, tut! Nein. Kann sie zurückhalten. So. Jetzt war mein Anliegen. Den hier einfach mal umzunachten. So. Und damit, danke für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt, let's play Rise of Tomb Raider Ciao